Hallo und herzlich willkommen zurück aus Buchengrund, der modernen Stadt auf Nizidems Ü20-Server. Für euch heute hinter dem Mikrofon die Regenbogenmaus und die Nizidem. Hallöchen und der Masmiseim. Ja, ich auch. Ja, heute zeigen wir mal wieder was, was ich gebaut habe und dann wird es wieder technisch. Wir waren ja schon mal hier an dem Flugzeug da hinten, so zur Orientierung. Und so fernab von allen Wohngebäuden, die wir so haben, da ist das Herz der Wirtschaft. Da sind nämlich die ganzen Industrieanlagen, da kommt der ganze Reichtum unserer Stadt her. Jawoll. Einer muss ja die Kohle ranschaffen, ne? Genau. So, weil wir kein Auto haben, gehen wir mal zu Fuß hier auf dem Fußweg. Fahren hier keine Busse im Moment? Stimmt, hier gibt es gar keine Haltestellen. Naja, öffentlicher Nahverkehr ist tatsächlich noch so ein kleines Problem hier. Ja. Haben wir schon so eine fette Eisenbahn? So, da hinten ist Sperrgebiet. Nur für Berechtigte. Da wohnt die High Society. Da darf nicht jeder... Wir schon sowieso nicht. Wie normal los. Ja, dann kommen wir hier bei so einem kleinen Hügel. Und dann liegen vor uns die ganzen, ja, Produktionsstätten für diverse Dinge. Vor allen Dingen die pinkfarbenen da hinten, ne? Produktionsstätten. Wird auch produziert, oder nicht? Ne, sollte man eigentlich, glaube ich, nicht. Aber kommen wir vielleicht später noch drauf. Ja, vor uns hier ein wunderschöner Kasten aus Orange und Gelb. Ich falle mir die Bordsteine runter. Das sind diese Bordsteinschwalben. Genau, die fallen vom Bordstein runter. Eine gefallen, ein gefallener Bordsteinengel. Fällt vor der, ja, was könnte es sein? Eine Kürbisfarm. Sehr nice. Jetzt ist ja auch bald wieder, ähm, Halloween. Sehr passend. Meine erste Kürbissuppe habe ich auch schon gekocht. Also sehr passend. Ja, hoffentlich mit schön industriell geerntetem Kürbis. Nein, nein. Ja, man sieht ihn hier wachsen. Er ist auch schon reif. Dann könnte man ihn sogar mal ernten. Ich hoffe, ich mache das jetzt auch richtig. Als wir das letzte Mal hier einen Gast hatten, habe ich meine eigene Maschine nicht verstanden. Das war ein bisschen peinlich. Ui, oh, ich habe einen gefangen. Ja, ja, habe ich gewonnen. Du bist aber gierig. Ja. So, die werden dann da reingespült. Da sind noch einen reingesteckt. Ja, das habe ich sogar zehn. So sie denn nicht von irgendwelchen Leuten hier aufgefangen werden. Oh, die wollen nicht rein. Naja, wenn man so eine Fabrik besucht, da gibt es ja immer auch was für die... Stimmt, so einen kleinen Skiff-Away. Ja, und theoretisch landen die dann jetzt hier drinnen. Ah, sind auch 40 Stück drin. Ich schmeiße meine noch dazu. Das ist nett. Dann schmeißen wir uns auch mal. Es wird nämlich dunkel. Ins Bett schmeißen? Ja, schmeißen. Warum? Es ist jetzt auch schon richtig kalt geworden. Immer noch eiskalte Pfoten. Wie gestern Abend auch schon. Oh, das eiskalte Händchen. Hast du da jetzt zehn Stück reingetan? Ja. Hattest du zehn Stück gefangen? Hast du alle gefangen? Oh, okay. Ah, kein Wunder. Ja, also theoretisch werden die hier mit irgendwelchen Trichtern transportiert in so einen Spender und der gibt die weiter und dann landen sie hinten in der Kiste. Ansonsten gibt es hier drinnen nicht so viel, weil mit dem Interieur tue ich mich immer etwas schwör. Aber dafür sieht das Gebäude schon sehr schön aus, ne? Deswegen wird hier nur produziert. Das Gebäude ist eigentlich der wahre Hingucker. Genau, Fabriken haben ja sowieso nicht unbedingt... Ja, bei mir sind sie wenigstens einigermaßen schön. Sehe ich mir genauso. Das gefällt mir auch super gut hier mit den Melonen. Farblich hier ein direkter Kontrast. Und Nietzsche hat es schon gesagt, das ist die Melonenfabrik. Sorry. Macht ja nichts. Aber erkennt man. Ich glaube, wäre man jetzt auch, glaube ich, drauf gekommen. Also, ich konnte es nicht ganz so gut verstecken. Und wenn man die Kisten guckt, hier ist schon, ja, wegen Überfüllung geschlossen. Oh ja. Das liegt daran, dass das tatsächlich eine vollautomatische Farm ist. Und die gucken uns auch mal an. Ui, schön grün. Schönes Grün. Lieblingsgrün. Wunderschön, ja. Da schweben schon Melonen rum. Ja, die werden nicht alle abgeholt. Das ist so ein kleiner Designfehler oder Designproblem. Aber du siehst ja, es sind trotzdem genug da. Ja, um es kurz zu machen. Ich habe schon versprochen, ich will die Technik hier jetzt nicht zu sehr in den Vordergrund schieben. Da hinten sitzt ein Block-Update-Detektor. Und so wie hier eine Melone wächst auf diesem Block, auf den ich gerade gucke, werden hier alle Kolben ausgefahren und Melonen werden abgeerntet. Das können wir uns gerne mal angucken. Wird aber ein bisschen schwierig, denn die Anlage ist momentan aufgrund eines Streiks so ein bisschen besetzt hier. Ist doch ein bisschen laut, ne? Kann das sein? Denn da unten, da hängt nämlich Clara Schnaps rum. Die alte Schnapstrossel und die hält mir immer hier die Bahn auf. Huch. Huch. Aber als kleinen besonderen Service, um mal das Prinzip zu verstehen, suche ich mir gerade mal eine Melone, wenn ich sie denn finden würde. Die sind doch bei Deko, oder? Okay. Eine richtige Melone ist bei Blöcken und so ein Melonenschau ist bei Nahrung. Okay. Also wir machen das jetzt mal und tun so, als wäre hier jetzt eine Melone gewachsen. Was dann dazu führt, dass hier theoretisch, hier unten, wo ich gerade bin, eine Bahn rumfährt und alles einsammelt. Aber die fährt momentan nicht, weil die Dorfbewohner sich hier in den Weg geschmissen haben und haben die aufgehalten. Was ist hier Freiheit für die Melonen? Ich glaube, das sind so Frauenaktivisten. Die streiten, ja. Die demonstrieren irgendwie bestimmt. Ja, haben da ihre BHs verbrannt und so, mit denen will ich nichts zu tun haben. Ja, wer schon Clara Schnaps heißt. Ja, eben alte Schnapstrosseln und all sowas hier. Ja. So, dann gucken wir mal zur Rechten. Das ist jetzt keine produzierende Stätte, das ist, ja, hier unser Stromerzeuger. Ach, und Melonie ist gar nicht dabei. Die hatte doch nach so einem Kraftwerk gefragt, ne, in der einen Aufnahme. Ja, was wir tatsächlich haben. Hier ist es. Das hier ist unser Pseudo-Biomasse-Kraftwerk. Natürlich haben wir hier keine Mods auf dem Server, das heißt, wir haben auch keine Maschinen, sondern wir tun nur so, als ob. Nicht so wie in anderen Welten, in denen wir uns ja auch bewegen. Wobei, da wäre es auch, glaube ich, nicht so groß. Da ist was dran. Ja, hier ist die Zufahrt, hier kommen dann die LKWs an, die etwas transportieren. Jetzt muss ich aber trotzdem erstmal reingucken, wie denn der Status ist. Ich weiß das nämlich selbst nicht, ich war hier schon länger nicht mehr. Beziehungsweise machen wir das jetzt mal etwas. Bin ich berechtigt oder nicht? Oh, das musst du wissen. Oh ja, mein Server. Sehe ich hier gerade selbst nicht. Ah doch, das Feuer brennt. Wir fangen mal von vorne an. Ich hätte vielleicht vorher mal die Anlagen angucken sollen. Aber egal. Das hier ist die Brennkammer. Ah, ich habe gerade ein Feuer gelöscht und hier könnte man es wieder anzünden. Ja. Man kann es aber nicht sehen, das ist hier hinter Glas doch so ein bisschen. Ich sehe es dampfen. Genau. Ja, und wenn vielleicht jetzt mal einer so gut wäre, würde man nach draußen laufen und einfach mal ein paar, was weiß ich, Setzlinge oder so da hinten in den Zugang werfen. Wer stöhnt mich denn hier eigentlich so? Was für Zugang denn? Ich bin es nicht. Ganz nach draußen. Da, wo die Ladestation ist, also neben dem Kran irgendwo. Aha. Da müssten Spender, glaube ich, rumstehen, kann das sein? Was steht da rum? Oder Spender oder ein Trichter? Hier ist eine Truhe mit einem Trichter drunter und Spender drüber. Da ist auch sogar noch ein Weizen drin. Okay, schmeiß einfach mal welche dazu, bitte. Ähm. Nicht die jetzt finde ich. Warte mal. Ja, dann sieht man nämlich, wie diese Anlage funktioniert. Nämlich bringen wir unseren ganzen Müll, den bringen wir immer da hinten hin. Und schmeißen den dann in die Kiste. Ja, die laufen aber nicht raus. Schmeiß ich den Trichter rein. Okay. Ja, ich hab's in den Trichter getan. Ist okay. Läuft. Okay. Läuft. Wollen wir mal gucken. Vielleicht läuft er. Ah, doch. Ja, und wenn man jetzt genau guckt, sieht man da oben jetzt eine Kontrollleuchte blinken. Und, ja, hier wird das ganze Brennmaterial jetzt reingeschmissen. Ah, hat euch gefallen. Ja. Ja. Ja, und das Ganze erhitzt dann hier diese Heizstäbe, die nicht aus Bruchstein sind. Das sieht nur so aus. Also diese Heizstäbe aus schwerem Metall. Ja, die wiederum hier das Wasser verdampfen lassen. Und dann haben wir hier so ein, ja, kleines Wärmekraftwerk hier mit den Dampfturbinen. Und da hört ihr auch, wie sie laufen. Sie röcheln sogar richtig. Könnte auch der Zombie sein, der sich hier irgendwo in einem Hohlraum versteckt hat. Man weiß es nicht so genau. Ja, jedenfalls so erzeugen wir hier unseren Pseudo-Strom, mit dem wir unsere Pseudo-Anlagen betreiben. Und das funktioniert auch sehr gut, ist auch sehr sauber, umweltfreundlich und alles. Und man wird vor allen Dingen die Weizenkörnchen endlich los. Genau. Ja, hier ist der Kontrollraum für die Kontrolleure, die dann hier auf den Monitoren das überwachen, dass auch alles richtig läuft. Scheinen momentan ausgeschaltet zu sein, die Monitore. Aber auch gut, es ist ja wie immer hier, es ist wieder keine Sau da. Außer Demonstranten, die mir meine Maschinen lahmlegen. Ja, und hier oben ist noch ein kleiner Aufenthaltsbereich. Genau, den haben wir ja noch gar nicht gezeigt. Für die Leute, die nicht da sind, da könnten sie sich was zu essen holen. Aber gut. Wer nicht will, der hat schon. Wer nicht will, ja. Ist aber auch ein bisschen gefährlich, man kann ja nämlich runterstürzen. Deswegen muss man immer einen Helm tragen bei solchen Anlagen. Der hilft auch an den Füßen. Ja. Da musst du halt auf den Kopf landen. Da bist du mit dem Helm geschützt. Ist was dran, sollte man sich mal überlegen. Wäre eine Überlegung wert. Oh, der könnte aber wirklich was übel. Ja, der sitzt da in der Turbine drin. Oh, ja. Ja. So, nebenan... Kekse. Die Keksfabrik. Das Krümelmonster. Das ist natürlich nicht das Krümelmonster. Nein. Das ist das... Keks. Das Keksgesicht. Das Keksgesicht. Wir wollen ja hier... Stell dir vor, wenn die... Die Verantwortlichen das gucken. Und sagen, oh, das ist aber hier kopiert. Warum dann kriegen wir Kohle für Werbung? Was willst du eigentlich? Noch mehr Kohle, als wir ohnehin schon kriegen von den ganzen Sponsoren. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Hier ist die Anlieferung für die ganzen Waren. Man kann auch einfach durchgehen. Wenn du einen bauen kannst, tu dir keinen Zwang an. Du könntest gerne mal versuchen. Ja, hier sind so Warenkisten eben. Die sind dann zum Abtransport bereit. Klassische Kreativ-Protos-Kisten, sagt man so. Sind nämlich leer. So, das ist eine Anlage, die leider nicht funktioniert, muss ich dazu sagen. Oh, gerade die Keks. Ja, das liegt daran, weil hier wieder so ein Arbeiter ein bisschen garstig ist. Aber die hat mal funktioniert, ne? Sie hat mal funktioniert, ja. Theoretisch sind hier auch Beschriftungen dran. Licht an, Sperre aktiv, Licht aus. Bitte vor der Ernte den Sachbearbeiter wegsperren. Was dieser ganze Mist eigentlich soll. Das Schild hat nicht ganz vergessen. Ich überlege gerade, wo hier eigentlich der Zugang ist, bei dem man nicht auf das Feld fällt. Irgendwo so, ach so, nee. Okay, ich fall jetzt einfach mal aufs Feld. Das ist ja auch vollkommen egal. Da ist eh schon mal jemand runtergefallen. Ach, das ist nicht... Ja, theoretisch ist das hier so eine, ja, halbvoll... Ich hab's gefunden, aber ist egal. Vollautomatische Farm, wo theoretisch einen Dorfbewohner erntet und sät, der so vollgepackt ist in seinem Inventar, dass er aber den ganzen Weizen nicht aufnehmen kann. Hat aber irgendwie einmal funktioniert, aber dann nie wieder. Also das geht nur, wenn man so einen frischen Dorfbewohner da hinstellt. Aber zum Glück ist ja gerade hier alles gewachsen. Dann kann ich zumindest mal hier abernten. Das hier ist, um den Sachbearbeiter übrigens einzusperren. Mit diesem Stück Zaun, was hoch und runter fährt. Die Bedienung für die Ernteanlage ist hier, ist aber so die klassische halbautomatische Farm mit eben, wo Wasser hier das alles in die Trichter spült. Ich spiele jetzt einfach mal hier das heilige Wasser. Im Kreativmodus, was natürlich total schlau ist. Leute, macht das immer, wenn ihr was einsammeln wollt, haut den Kreativmodus einfach mal irgendwo hin. Das funktioniert blendend. Theoretisch landet das dann nicht im Bett. Na, willst du wohl darüber. Landet hier in den Trichtern und wird dann abgeholt. Und geht da hinten in so einen furchtbar umständlichen Trichteraufzug. Der jetzt auch anfängt zu blinken. Das bedeutet, er läuft und transportiert das Zeug nach oben. Und jetzt wird geschlafen. Ne, jetzt wird aufgestanden. Oh Mann, die Nachbar-Bildkurz, Mensch. Ja, hier habe ich mal irgendwann nicht nachgepflanzt. Die sind, ja, ist die gleiche Variante mit den Kakaobohnen. Ja, die kann man dann hier am Tropenholz dann dran setzen. Da wachsen sie dann. Und dann spült man sie einfach mit diesen Eimern hier, die in dem Werfer drin sind, runter. Und die landen dann auch in irgendwelchen Trichtern und werden auch unterirdisch dann in so einem Trichteraufzug nach oben transportiert. So jedenfalls hier die Theorie. Aber okay. Ist ja eigentlich auch vollkommen wurscht. Nö. Denn was man hier ja sowieso nicht kann, ist, ja, man kann ja hier leider nicht automatisch die Kekse backen. Oh. Das muss dann immer noch hier in der Manufaktur. Deswegen habe ich ja hier so ein paar Arbeitsbereiche geschaffen. Theoretisch muss man auch die Samenkörner noch aussortieren und wieder zurückgeben. Das ist alles ein bisschen kompliziert hier. Man ist einfach zu sehr verwöhnt von anderen Maschinen. Das ist halt nicht so einfach, ne? Ja, man sieht schon mal, man braucht ganze Fabriken dazu. Ja. Ja, das war dann jetzt. Ich bin jetzt so mehr um den Schein als um das Sein. Ja, das geht ja auch nicht anders in Vanilla, muss man mal so sagen. Ja, was da drüben ist, das ist jetzt, glaube ich, erst mal vollkommen unwichtig. Gucken mal vorsichtig hier so rüber. Fliegen mal kurz zum nächsten Gebäude. Und ja, wenn ich noch einen Blick auf die Uhr werfe, schlage ich vor, dass wir an dieser Stelle einfach mal einen harten Cut machen, wie wir Profi-YouTuber das so sagen. Nizi, du musst es nicht übertreiben mit der Hat. Und dann, ja, verabschiede ich mich für heute. Schade. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.